Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Ich möchte leben. Ich möchte leben. Okay. Ja, natürlich. Ich kann auch so springen. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, gar kein Problem. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den abzudrücken. Das stimmt. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hantras Zeichen. Ich bringe dich besser zu mir, Larry. Egal wie die Nachricht lautet, häbe sie für ihn auf. Gut. Und damit... Okay. Gehen wir zu dem Panzerwagen. Herzlich willkommen zum Metro. Und... Das brauche ich nicht. Aber Nacht. So. Mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. So. Sei vorsichtig da draußen. So. Und damit... Herzlich... Hallo. Oh mein Gott. Das ist gerade gar nicht cool, was hier abgeht. Herzlich willkommen zu Metro Last Light. Ne. Boah, Metro 2032 natürlich. Du solltest das Geschütz bemannen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Ein. Also Leute, viel Glück. Gucken Sie A und D. Okay. Tut mir leid, aber ich muss mal kurz ausmachen. Bis gleich. Ruhig bleiben. Dann übersehen Sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier in Grün sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Gut. Wieso muss ich das drücken? Ich bin doch gar nicht auf dem Sitz. Ja. Abknallen oder nicht? Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohn liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben Sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemanen! Geh dich! Boah, hiermit kann man ja gar nicht... Gut. Schießen. Wow! Die sind ja hinter uns. Was? Ach, die sind schon weg. Wieso fragst du mir da noch hinter uns? So. Zur linken! Ja! Ach, da. Dreh dich, dreh dich! Ich glaub, wir sind tot. Boah, ich... Ich... Wieso wieder hinter uns? Ach, gar nicht wahr. So, einmal... So, einmal... Oh nein! Sag jetzt nicht, ich hab wieder... Na? Boah, dreh dich, dreh dich! Ach... Ach... Ach, jungen... Beseitige das Hindernis von uns! Feind vor raus! Bis zum nächsten Mal.